Ich bin Weltmeister in Zeichensprache. Okay, dann mach. Was? Was sagt er? Tja, er sagte, du sollst machen, dass du schleunigst hier rauskommst, sonst kann er sich nicht mehr halten und wird dich wie eine Ratte zermalmen, bis du den Arsch zukneist. Weiß ja, dass ich eine Puste habe. Ich bin ja nicht blind. Ich bin nicht wahr!